Ja, wir haben jetzt noch ein ganz anderes wichtiges Thema, das Thema Lizenzierung und Preise bei Microsoft. Irgendwie holt uns das ja regelmäßig ein, also wir sind es ja schon gewohnt, dass die Microsoft regelmäßig mit den neuen Versionen von ihren Produkten die Lizenzierung ändert, aber dieses Mal trifft es eine Bestandslizenzierung, was heißt ein Bestandsprodukt oder die Produkte, die wir kennen aus Microsoft 365 Kosmos. Da habe ich mich aber tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen, nur ganz, ganz, ganz wenig mit auseinander gesetzt. Ich weiß, dass da was kommen soll, aber was da genau kommen soll, da kannst bestimmt du uns helfen. Auch wenn das vielleicht noch gar nicht so klar ist, was ich jetzt da so rausgehört habe schon mal. Ja, ja und nein. Also was da kommen wird, hat natürlich auch einen Namen von Microsoft bekommen, nennt sich in Zukunft die New Commerce Experience und das alte Modell, wie wir das so kannten, das ist das CSP Legacy Modell. Ich muss da allerdings vorneweg schicken, das betrifft tatsächlich eher Reseller zunächst. Klar werden diese Reseller das Ganze dann auch an die Endkunden weitergeben, so wie die Reseller das in der Regel entweder direkt von Microsoft oder von der jeweiligen Distribution dann nochmal bekommen. Aber Stand heute ist dieses ganze CSP Modell eigentlich eher was, was zunächst erstmal die Reseller angeht. Wie gesagt, das wird irgendwann bei den Endkunden ankommen. Das heißt, das alte Modell ist das sogenannte CSP Legacy oder Legacy CSP Modell und das neue jetzt ist NCE für New Commerce Experience. So ganz neu ist das auch nicht. Das Ganze wurde schon im September letzten Jahres angekündigt und es gab oder gibt aktuell auch so eine Übergangszeit von Oktober bis eben jetzt Ende Februar, 22 beziehungsweise März. Ich habe jetzt auch schon wieder 10. März, Mitte März sowas gehört. Also es ändert sich noch so ein bisschen, wo man quasi diese Übergangsfrist hat. Heißt, man ist noch in beiden Welten dann unterwegs, kann noch auf das alte Modell bestellen und Lizenzen ordern, aber auch schon auf dem neuen. Genau. Wenn wir von altem Modell sprechen, vielleicht noch da ganz kurz, was können wir denn aktuell, also wenn man Lizenzen bucht bei Microsoft, wie geht man denn da damit um? Also so wie ich es kenne, Pay as you use, einfach teilweise tagesaktuell, kommt darauf an, welcher Distributor das dann macht oder eben entsprechend auf Monatsbasis mache ich einfach meine Subscription. So kenne ich es aktuell. Genau, man hatte eben diese taggenaue Abrechnung gehabt, konnte das sehr, sehr flexibel auch skalieren nach oben und nach unten, was die Anzahl angeht und da setzt jetzt eben Microsoft so ein bisschen an, um das zu ändern aus diversesten Gründen. So ganz offiziell ist es natürlich nicht kommuniziert worden, aber man möchte da halt auch tatsächlich so Tricksereien, denke ich, einfach mal ein bisschen umgehen. Also denke ich auch kein Geheimnis, dass es entsprechende Tools gibt, wo man sehr, sehr dynamisch dann tagesgenau Lizenzen wegnehmen kann und wieder zubuchen kann. Beispiel, jetzt ist eben, was weiß ich, Wochenende und am Montag ist noch ein Feiertag, da arbeitet niemand, dass man dann Samstag, Sonntag, Montag die Lizenzen wegschaltet von der Subscription und dann ab Montag wieder drauf und spart sich so dann diese drei Tage, die man lizenzieren muss und dem wird halt jetzt ein Riegel vorgeschoben. Das geht so einfach nicht mehr. Ich habe mir jetzt tatsächlich überlegt, was ich da ansprechen soll und was nicht, weil das Modell ist jetzt nicht so einfach vom Handling her. Ich denke aber, es gibt ein paar so Knackpunkte, die man auf jeden Fall mit reinnehmen sollte. Das heißt, diese taggenaue Abrechnung wird es nicht mehr geben, so wie wir das in der Vergangenheit auch kannten, beziehungsweise wird das sehr, sehr eingeschränkt oder limitiert und auch unterbunden, in welche Richtung man da letztendlich dann gehen kann. Mehr geht logischerweise immer, weniger eher schwierig, beziehungsweise dann gar nicht mehr, komme ich aber vielleicht auch gleich nochmal drauf zu reden oder zu sprechen. In der Vergangenheit hatten wir in der Regel Abolaufzeiten von monatlich oder zwölf monatlich, sprich jährlich. Das gibt es auch nach wie vor. Das wird sogar noch erweitert. Das gibt es auch 36 Monate Abolaufzeit. Abolaufzeit heißt auch immer Preisgarantie. Das heißt, wenn ich mich jetzt für eine 36-Monats-Lizenz entscheide, habe ich erst mal für 36 Monate oder drei Jahre diese Preisgarantie seitens Microsoft, kann da relativ fest mit rechnen oder kalkulieren, habe aber halt auch diese lange Laufzeit. Was sich allerdings ändert, das ist glaube ich auch elementar wichtig, in der Vergangenheit, also in einem klassischen Legacy-CSP-Modell gab es keinen preislichen Unterschied zwischen der Monats- und der Jahreslizenz. Das ist jetzt anders. Die Monatslizenz ist jetzt 20% oder wird 20% teurer sein als die Jahres- oder 36-Monatslizenz. Also immer dann auch zwischen 12 und 36 Monaten keinen Vorteil mehr, außer dieser Preisgarantie. Aber die Monatslizenz wird 20% teurer. Habe natürlich dann diese gewisse Flexibilität auf Monatsbasis, wo ich dann auch meine Lizenzmengen anpassen kann, auch wieder nach unten. Bei einer 12-Monats-Lizenz geht das dann nicht, aber ich erkaufe mir das eben mit diesen 20%. An der Zahlweise ändert sich erstmal nichts. Da muss man jetzt auch, also ob jetzt monatlich, quartalsweise, jährlich abgerechnet wird, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen auch. Wie gesagt, dieses Modell ist aktuell erstmal für die Reseller oder gegenüber den Resellern. Was der Reseller dann mit seinem Kunden macht, ist natürlich wieder sein Bier. Aber in der Regel geben die Reseller das natürlich weiter. Ich jetzt als Reseller könnte natürlich auch sagen, ich verschenke die Lizenzen und zahle da noch irgendwie drauf und bringe Geld mit. Aber das macht ja in der Regel niemand. Genau. Also halten wir fest, es gibt neue Laufzeiten. Es gibt die 36 Monate, die dazukommen. Genau. Und wer sich gegen ein 12- oder 36-monatiges Abo oder eine Subscription entscheidet, der hat mit einer Preisanpassung zu rechnen, welche genauen Produkte das sind und wie viel Prozent das genau sind. Ich glaube, das ist auch noch abhängig vom Produkt und das betrifft auch nicht alle Produkte. Da gibt es jetzt mal so einen aktuellen Stand, habe ich mal so in den ein oder anderen Blogartikeln wahrgenommen. Das können wir ja vielleicht im Nachgang nochmal zur Verfügung stellen. Immer eben entsprechend Stand heute. Aber das wird dann auf jeden Fall eine Änderung geben, wenn ich diese Flexibilität weiterhin haben möchte. So kann man es eigentlich umschreiben. Genau. Du musst jetzt bloß aufpassen, dass du nicht zwei Dinge miteinander verwechselst. Also diese Monatslizenz ist produktunabhängig 20 Prozent teurer. Okay. Was du jetzt meinst, es gibt nochmal eine zusätzliche Preiserhöhung für sechs Artikel tatsächlich. Ich kann es jetzt alle nicht wiedergeben. Gibt es entsprechende Tabellen. Es ist zum Beispiel Office E3 ist zum Beispiel dabei. Die werden dann nochmal zwischen 9 und 25 Prozent nochmal teurer. Also wirklich auf Artikelebene hat jetzt nichts mit der Monatsweisen. Laufzeit dann zu tun. Was auch noch dazu kommt, das ist die Skalierung der Lizenzmenge nach oder während der Buchung. In der Vergangenheit war man ja absolut frei. Man konnte ja wie gesagt tagesgenau runtergehen, auch von der Lizenzmenge. Das geht jetzt nur noch innerhalb der ersten 72 Stunden nach erster Aktivierung oder Buchung der entsprechenden Lizenzen in der Subscription. So lange hat man dann noch Zeit. Sonst muss ich sie dann halt einen Monat, 12 oder 36 behalten, wenn ich halt die 72 Stunden verstreichen lasse. Genau so sieht es aus. Also beim Monatsabo ist das, denke ich, nicht so dramatisch. Aber wenn ich eben 36 Monate abgeschlossen habe, dann kann ich nach 36 Monaten erst wieder die Lizenzanzahl nach unten korrigieren. Nach oben geht immer, nach unten dann nicht mehr. Also das ist, finde ich, schade, weil man hat in der Vergangenheit natürlich auch das Produkt, dieses Subscription-Modell an sich darüber ganz gut verkaufen können, weil man sagt, man hat diese extreme Flexibilität, hat man jetzt nicht mehr so. Wobei ich muss dazu sagen, wir hatten das eh kaum. Also dass man sagt, die Lizenzanzahl wird mal verringert. Wenn man jetzt aber 36 Monate Laufzeit jetzt abschließt, dann ist das schon eine lange Zeit und muss jeder dann für sich selber abwägen. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, ich mische das Ganze und sage, ich habe halt 200 Lizenzen, die laufen 36 Monate, weil ich weiß, die brauche ich so oder so. 20 halte ich mir irgendwie in der Flexibilität, 220 brauche ich in Summe. Dann zahle ich halt entsprechend für die Flexibilität, wie wir jetzt gelernt haben, aber ich hätte sie trotzdem. Also ich zahle dann keine unnötigen Lizenzen. Das muss man halt abwägen, wie viel das ausmacht. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, die Kunden profitieren ein Stück weit davon. Die Frage ist immer, inwieweit wird Microsoft innerhalb von drei Jahren seine Preise wieder anpassen. Aber ich habe natürlich mir für 36 Monate jetzt dann als Beispiel natürlich meine Preissicherheit gekauft. Also ich weiß halt, dass ich die 36 Monate genau so viel für die Lizenzen zahle und nicht mehr und nicht weniger. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich meine, das ist wie bei den Handyverträgen auch, dass je länger die Laufzeit ist, die man initial abschließt, desto günstiger wird es im Schnitt oder es wird einem die Einrichtungspauschale erlassen oder oder oder. Und das ist halt letztendlich in dem neuen NCE-Modell von Microsoft auch so. Genau, das sind eigentlich so die... Bedeutet aber auch, oder? Wenn jetzt, also noch eine Frage dazu, wenn jetzt, jetzt aktuell ist dann noch keine Preiserhöhung da. Die kommt irgendwann, sagen wir mal im März. Wenn man jetzt quasi ein Fuchs ist, dann bucht man einfach die Lizenzen, die man sowieso braucht und weiß, die brauche ich zwölf Monate noch zu den alten Konditionen und ich gehe mal davon aus, dass dann auch zwölf Monate genau diese Preise gelten, obwohl die Preisanpassung stattfindet, oder? Genau, also wir haben jetzt noch zumindest den kompletten Februar Zeit, noch im alten Modell zu buchen und haben dann auch da die Preisgarantie dann über zwölf Monate. Was dann allerdings nicht geht, dann jetzt, keine Ahnung, 20 E3-Pläne abzuschließen und dann in sechs Monaten zu sagen, Mensch, okay, ich erweitere jetzt diese 20 auf, diese 20 Lizenzen nochmal auf 40, das funktioniert dann nicht. Also da muss ich dann automatisch ins neue NCE-Modell dann wechseln. Okay. Und ja. Bedeutet aber im Umkehrschluss auch, die Lizenz, die ich jetzt bei einem Reseller oder bei einem Distributor kaufe, bin ich logischerweise auch über die Laufzeit dann gebunden. Also ich kann jetzt nicht sagen, ja, nee, also mit dem habe ich gebrochen, den will ich nicht mehr, weil die Abrechnung nicht gut lief oder keine Ahnung, der passt nicht mehr zu meinem Business. Nee, die Lizenzen, die ich da abgeschlossen habe für zwölf Monate, 36 Monate, die muss ich auch weiterhin bei diesem Reseller quasi beziehen. Es geht nicht anders, dass ich sage, innerhalb der Laufzeit wechsle ich dann zu einem anderen. Das geht nicht, oder? Also würde ich jetzt mal davon ausgehen. Es ging in der Vergangenheit ja relativ einfach, das ist richtig, aktuell geht es, oder da im NCE wird es dann schwierig. Außer der Neue, zu dem er dann wechseln will, sagt dann, okay, ich kaufe dir deine alten Lizenzen von mir aus da raus, ja, die Restlaufzeit und habe da irgendein Modell. Aber wie gesagt, das ist dann alles rein auf Reseller-Ebene dann, was der dann da treibt und wie wichtig einem dann der Kunde ist oder vielleicht ist das auch nur so ein Drive-By-Produkt mit und man möchte eigentlich ein größeres Projekt da eigentlich platzieren. Da muss man dann einfach gucken. Aber Tipp tatsächlich, wie du richtig sagst, ist, wer jetzt schon weiß, was Sache ist, was er an Lizenzen braucht, auf den Reseller zugehen, im Idealfall auf die Lansko. Bis Ende Februar können wir da auf jeden Fall noch über das alte Modell buchen. Und ja, was auch geht, also Upgrade-Fade gibt es natürlich auch. Also Upgrade heißt jetzt von einem Produkt aufs nächste. Größer geht immer, kleiner ist eher schwierig. Das heißt aber, also ich habe eine Migration beispielsweise und sage, okay, ich habe jetzt zweierlei Tenants und habe meine 100 Benutzer. Die ziehe ich jetzt von heute auf morgen entsprechend nach und nach um. Die starten aber erstmal mit einer E1-Lizenz im Tenant beispielsweise. Die schließe ich aber zwölf Monate ab und dann kann ich aber innerhalb dieser zwölf Monate Subscription von E1 auf E3 gehen und dadurch verlängert sich aber die Subscription nicht automatisch um zwölf Monate. Also wenn dann schon zwei Monate vorbei sind, sind die restlichen zehn Monate, die Laufzeit für die E3, wenn ich das jetzt dann so richtig verstanden habe. Genau, so habe ich es letztendlich auch verstanden, ja. Okay, das ist ja gut, weil wenn du wirklich so Migrationen hast, dann fällt es ja öfters mal tatsächlich an, dass du nur das Postfach brauchst erstmal initial und nicht gleich die volle E3 beispielsweise. Genau. Ja, das so in aller Kürze. Es ändern sich noch so ein paar Kleinigkeiten, nämlich was die Abrechnungszeit angeht. Das heißt, abgerechnet wird dann im neuen Modell tatsächlich nach Kalendermonaten und nicht mehr innerhalb eines Monats, so wie das beim Legacy CSP oder CSP Legacy der Fall war. Aber ich denke, das sind eher Feinheiten. Das heißt dann, dass abhängig vom Zeitpunkt der Buchung oder Aktivierung der Lizenzen kann es dann eben sein, dass der Kunde in Vorleistung geht. Das heißt, er zahlt zum Beispiel noch für den restlichen Monat, obwohl die Leistung in Form der Office 365 Pakete zum Beispiel halt dann erst nachgelagert ankommt. Ja, aber wie gesagt, ich denke, das ist jetzt alles nicht so tragisch. Und auch da hat natürlich auch der jeweilige Reseller so ein bisschen seine Hand drauf und kann das beeinflussen. Je nachdem, wie der Reseller das eben auch gestaltet. Dann ist es natürlich gang und gäbe, dass der Reseller dann eben auf Quartalsweise zum Beispiel oder abrechnet oder auf jährlicher Basis oder wie auch immer da dann einfach mit dem Reseller reden. Genau. Wichtig ist, dass man sich damit zumindest ein bisschen beschäftigt und ja, dann wird das auch. Man weiß, da passiert was und man soll auf seinen Partner zugehen. Genau. Es ging ja so ein Aufschrei dann da auch so ein bisschen rum. Mensch, Microsoft erhöht da die Preise. Man muss aber fairerweise auch sagen, es kommen ja auch immer mehr Funktionen rein. Also, wenn man sich dieses Suite jetzt mal anguckt, jetzt E3, E5, wie auch immer, es wird ja immer mehr reingepackt. Und es ist ja irgendwo dann, glaube ich, auch ganz legitim, dass Microsoft irgendwann mal sagt, okay, dafür möchte ich jetzt aber auch ein bisschen mehr daran verdienen. Zumal die letzte Preisanpassung, glaube ich, auch schon ein paar Tage her ist, wenn ich mich da so ein bisschen mal zurückerinnere. Es gab es vielleicht nur für das ein oder andere Produkt, dann gab es aber wieder eine Promoaktion. Zum Beispiel jetzt wie bei den Audio-Conferencing-Geschichten mit Phone-System, gibt es ja auch eine Promo oder gab es eine Promo. Das heißt, ja, also da gab es zwar innerhalb einzelner Produkte vielleicht mal eine Preisanpassung, aber so eine generelle über E3, E1, Business Premium, wie sie alle heißen, war eigentlich so in den letzten, ich würde es mal behaupten, drei, vier Jahren, wie es mir jetzt bewusst ist, keine da. Ja, auch wenn ich da jetzt mich weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, da ist sehr lange Zeit nicht viel passiert, was die Preise angeht. Also, ja, man holt halt einfach auch das ein Stück weit auf, plus Funktionsumfang kann man dann schon sagen, ist okay. Genau, aber jetzt zusammengefasst, die Monatslizenzen werden einfach teurer, beziehungsweise 12, beziehungsweise 36 Monate sind halt eben entsprechend günstiger als die Monatslizenzen. Man nimmt sich, oder die Flexibilität bezüglich der Skalierung wird eingeschränkt. Nach oben geht immer, nach unten dann nicht mehr. Und man hat eben diese Karenzzeit von 72 Stunden nach Buchung und man sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn ich jetzt schon weiß, ich brauche Lizenzen, dann relativ zeitnah auf den Reseller zugehen, sodass der vielleicht im Februar noch aufs alte Modell buchen kann, beziehungsweise es laufen auch zwei Promotions nochmal zusätzlich. Wo es nochmal ein paar Prozentpunkte Nachlastern gibt. Also, das denke ich, kriegen wir ganz gut geschwuppt. Das heißt, für diejenigen, die jetzt aktuell schon im System sind, die sollten sich überlegen, wie gehe ich zukünftig damit um? Gehe ich dann vielleicht in die 36 Monate oder gehe ich in die 12 Monate oder möchte ich die Flexibilität behalten? Die, die jetzt wissen, okay, ich brauche auf jeden Fall die Lizenzen, sollten sich auch entsprechend darum kümmern, dass vielleicht noch im alten Modell auch einfach dann gebucht wird. Genau. Wenn vielleicht, dass jetzt der neue Kollege erst im April kommt, aber dass man quasi diesen Preisvorteil dann noch im März mitnimmt, bevor die Umstellung stattfindet. So sieht es aus. Jetzt ist es aus. Wir sind's. Jetzt ist es aus.